Hi, ich bin der Zwietchecker und wenn ihr Bock auf gewöhnliche und ungewöhnliche Süßigkeiten habt, ist das genau der richtige Kanal für euch. In regelmäßigen Abständen zeige ich hier Videos, wie ich Süßigkeiten mapfe, die ich meistens vorher noch nie gegessen habe. Das alles ohne Schnitt, ein Cut, äh No Cut. Und wie gesagt, das mache ich regelmäßig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet oder mich einfach auf Facebook liked. Und ja, bis dann, auf Wiedersehen und komm vorbei. Ciao.